Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich möchte euch in diesem Video ein kleinen Programm vorstellen, Tutorial vielleicht ein bisschen auch. Ich möchte euch Videoproc vorstellen. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen, Videoproc ist da auf mich zugekommen und hat gefragt, ob das für meine Community interessant wäre, das Video und ob ich einen Key davon mal haben möchte und mal reingucken möchte und wenn es mir gefällt, würden sie sich freuen, wenn ich ein Video darüber mache. Das mache ich sehr gerne und dann werden wir uns das Video-Proc auch mal angucken. Das ist nicht nur ein Programm, womit ihr Videos umwandeln könnt, also nicht nur ein einfacher Konverter, also es ist wirklich ein Bearbeitungsprogramm. Wir gucken uns das mal an. Das ist jetzt das Video-Proc-Programm. Als erstes, wenn ihr das erst mal startet, hier oben auf die Zahnräder gehen, Einstellungen, dann hier auf Deutsch umstellen. Ihr habt noch eine andere Sprache, Englisch, Französisch, Espanol. Ich denke mal, das ist Japanisch, Chinesisch und Koreanisch, aber ich habe keine Ahnung. Und bei Hardware-Beschleunigung den Haken rein, dann am besten mal Optionen und nachprüfen. Dann guckt ihr nach, ob das alles auch funktioniert. Ob ihr überall grüne Haken habt. Haben wir. Weiter. So, und dann könnt ihr hier halt alles einstellen. Das Einzige, was ich jetzt hier eingestellt habe, ich habe den Video- und den Download-Bereich, also den Download-Ordner, auf den Ordner Test festgelegt, der sich auf dem Desktop befindet, damit wir da schneller rankommen. So, bei Video habe ich den, ne, wo wart, bei DVD habe ich den Video-Proc-Ordner noch hier lassen. Ja, also, sonst habe ich hier eigentlich nichts aktiviert. MP4 war schon drinnen. Aufnahmequalität niedrig, das war aber Haku. Warum, das war vorhin noch, achso, scheiße, ich habe vorhin den Dings geändert. Ne, hochauflösend. Ne, das habe ich nicht, das habe ich doch in der Software geändert. Na, egal. So, Proxyserver habt ihr auch noch was da machen könnt. Aufnahme haben wir MP4, hier, also das ist jetzt für Recorder, ähm, das ist die, für, für downgeloadete Videos, ähm, die Qualität. Und hier, äh, stellt das im Programm ein. Da wird das dann 1 zu 1 so genommen oder halt verbessert, je nachdem, wie ihr das macht. Da kommen wir dann nachher dazu. Den Punkt Download werde ich euch nicht zeigen, weil ich weiß nicht, wie YouTube da drauf ist und ich hatte schon mal ein Video, wo man sowas gesehen hat und, äh, deswegen werde ich das nicht zeigen und auch nicht großartig ansprechen. Da könnt ihr von euren sozialen Medien, wo ihr eure eigenen Kanäle habt, eure eigenen Sachen nehmen und dann, äh, nochmal bearbeiten, falls ihr die Originaldatei nicht mehr habt, so. Ähm, mehr will ich dazu nicht sagen. So, für Rec, also für Recording, für Aufnahmen haben wir dann, ach hier, genau, da hatte ich auf, äh, äh, N-Ink gemacht, hier, N-Ink von, äh, Nvidia, vorher stand es auf Software. Ähm, die Kurzteile, die Kurzbefehle, die benutze ich nie. Kamera habe ich die C922 drin, weil die Brio seht ihr ja hier, die müsste jetzt hier oben rechts irgendwo in der Ecke sein. So. Und dann sind wir hier mit den Einstellungen soweit fertig. Dann würde ich sagen, wir gehen mal gleich zu, äh, also wie gesagt, den Weg auslassen, gehen wir mal zu Rec. Also wir fangen von rechts nach links an. So, Rec. Das ist ganz normale Aufnahme, Bildschirmaufnahme, äh, Cam-Aufnahme, ähm, hin zu dem, was ihr gerade braucht. Da könnt ihr dann hier oben einfach draufdrücken, dann wird dann ganz normal der Bildschirm genommen, aber ihr könnt, wenn ihr in Rec seid, halt sagen, ihr würdet den Bildschirm aufnehmen, Webcam aufnehmen oder Bildschirm und Webcam. Das ist Bildschirm, Webcam, die ist da. Und hier bei Bildschirm und Webcam habt ihr die Möglichkeit, entweder Bildschirm mit Webcam, die ist jetzt hier, die könnt ihr euch auch noch anpassen, ihr könnt die auch größer machen oder kleiner machen, der das euch komplett überlassen, was ihr damit macht. So, oder ihr könnt sagen, Webcam mit Bildschirm. Dann ist die Webcam größer als der Bildschirm und könnt euch den Bildschirm hier unten irgendwo hinklatschen, dass man sagt, guck mal da, seht ihr das, was ich gerade mache. So, aber wir wollen nur Bildschirm, weil Webcam habt ihr ja sowieso schon hier oben in der Ecke, also brauche ich die jetzt nicht extra separat aufnehmen. Ach komm, scheißegal, machen wir doch. Bildschirm mit Webcam. Dann machen wir die Webcam mal nach unten. So, dann habt ihr hier die Auswahl, welchen Bildschirm ihr aufnehmen wollt. Nummer 3 ist der, der jetzt vor mir ist. Rechts neben mir ist Nummer 2. Da läuft jetzt gerade Camtasia, das Programm, weil ich nehme mir damit den Bildschirm auf. Und oben ist der kleine Screen-Bereich hier von Camtasia, wo ich halt Pause, Löschen, Stop und sowas machen kann. Und hier seht ihr die Zeit, wie lange ich schon aufnehme. Mikrofon, Lautsprecher, alle drum und dran. So, wir wollen aber den Hauptbildschirm nehmen. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt nur einen Bereich nehmen, wir wollen uns jetzt hier nur die Software angucken. Zack, bumm. Könnt ihr auch so machen. Dann habt ihr das hier ganz groß gesumt und könnt halt das Logo zeigen. Oder wenn ihr halt nur wisst, dass halt auf der Hälfte des Computerbildschirms was passiert oder so, dann könnt ihr das halt auch begrenzen. So, wir drücken einfach mal auf 3. Dann sind wir wieder beim Bildschirm. Die Audio und die ist halt beides ein. Ja, hier sieht man auch, dass was passiert. Bei Standard, ach so, hier unten. So, wenn ich jetzt hier einfach mal so mache, dann seht ihr, dass hier auch was passiert. Das heißt Standard, weil die Standardgeräte anerkannt werden, die ich auf Standard eingestellt habe. Das heißt, bei Mikrofon ist Standard meine Rote Bordgäste und bei Standard Lautsprecher ist es natürlich Realtek. Hier unten steht so Realtek High Definition Audio. Das könnt ihr auch jederzeit ändern, indem ihr hier aufklickt und was anderes wird. Ihr wollt zum Beispiel eure Kopfhörer nehmen. Wenn ich jetzt so wie bei mir mein Gaming-Headset oder Allgemein-Headset gerade dran habe und das halt auf einem anderen Klinkeanschluss ist, dann kann man sich das auch jederzeit ändern. So, ihr habt auch die Möglichkeit, einen Greenscreen zu machen. Funktioniert bei mir jetzt nicht wirklich, weil ich keinen Greenscreen habe. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Ich kann nur versuchen, hier so ein bisschen was weg, ob da was klappt. Wenn wir jetzt hier einfach mal schwarz nehmen und das hier runterpegeln. Oder hier, ich versuche mal weiß. Dann wird das weiße halt weg. Hier kann ich mich schwarz-weiß machen und Transparenz und naja. Brauchen wir jetzt nicht. Kann ich euch nicht zeigen. Habt ihr einen Greenscreen. So, dann können wir jetzt hier einfach mal Aufnahme drücken. Dann zählt das hier runter. Das kennt man eigentlich von vielen anderen Aufnahmeprogrammen auch, dass es dann runter zählt. Jetzt nimmt er auf. Ich kann mir das hier hochholen. Seht es halt. Kann Stop drücken. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es fertig ist. So, jetzt ist es fertig. Jetzt können wir hier anklicken. Jetzt nimmt er auf. Ich kann mir das hier hochholen. Seht es halt. Und dann seht ihr, dass es aufnimmt. Ja. Das ist das ganz normale Aufnahmeprogramm. So, wenn wir jetzt zurückgehen. Ja. Download werde ich euch nicht zeigen. Dann haben wir noch DVD. Da können wir jetzt zum Beispiel eine Disk nehmen, die wir jetzt nicht haben. oder wir haben eine ISO oder eine UDF-Datei. Wenn wir schon mal legen sie einen DVD ins Laufwerk ein oder halt automatisch erkennen. oder wenn wir halt hier eine Datei haben, wo eine komprimierte Disk drin ist. Wenn wir die halt eine ISO erstellt haben oder UDF, können wir das halt nehmen, um die Videos, die wir dadurch erstellt haben, uns selber zu bearbeiten. Wir können auch einen Ordner öffnen. Wir können eine ISO so direkt öffnen. Da kommen wir jetzt zum gleichen Punkt. So. Habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Dann haben wir Video. Hier ist dann ein bisschen mehr drin. Bei Video. Hier haben wir auch nochmal den Punkt Hardwarebeschleunigung. Lasst den auch am besten an. Ähm. Ja. Hier ist wirklich viel drin. Also ihr habt nicht nur die Möglichkeit, ein Video von einem Format in ein anderes Format umzuwandeln. Nein. Nein. Ihr könnt halt auch die Qualität versuchen ein bisschen anzupassen. Wasserzeichen. Ihr könnt schneiden. Ihr könnt halt Haufen Zeug mitmachen. Ähm. Wir machen mal hier den Button für hohe Qualität an. Wir machen einen Button für verbinden. Und so. Und wenn wir jetzt hier natürlich ein Video nehmen. Ihr müsst jetzt nicht hier unbedingt draufdrücken und irgendeins aussuchen oder Ordner oder so. Wenn ihr ein Video habt. Nehmen wir mal PC-Ecke. Zack. Schieben wir einfach hier rein. Und dann haben wir hier die PC-Ecke. So. Und ähm. Wir kommen erstmal zum Video an sich, bevor wir Format umwandeln machen oder so. Da haben wir dann einmal hier die Effekte, die wir machen können. Hier startet das Video. Das ist so. Und hier seht ihr das. Hier seht ihr das, wenn ihr dann was bearbeitet habt, wie sich das auf das Video auswirkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das mal aktivieren. So. Oder schwarz-weiß. Das funktioniert halt in Echtzeit. Braucht seit Kinder drei Stunden warten, bis das angewendet wird. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. So. Jetzt hat er gerade Standpil. Und zwar möchte ich euch jetzt mal... So. Effekte. So. Wir können hier auch vorspulen. Wir nehmen jetzt einfach mal mich. So. Wenn wir da hin und hier sagen, schwarz-weiß. Oder hier. Wie die gefragt haben, wir können auch sowas... Wie hast du denn die PC-Ecke jetzt genau gemacht? Wie gesagt, die ist noch nicht 100% fertig. Das ist jetzt erstmal so. Bin immer noch zwischendurch am hin- und herstellen, aber wie sie momentan ist. Das ist wegen der Grafikkarte. Ich hab halt nicht die schnellste. Ich hab halt ne alte 1080. Switch 1. Äh, 1060. So. Und dann könnt ihr da halt Effekte. Und wenn ihr das dann gemacht habt, was ihr wollt, könnt ihr sagen, fertig. Und dann könnt ihr sagen, wann. Dann müsst ihr dann hier unten noch einstellen. Kommen wir nachher dazu. Wasserzeichen. Wir können jetzt hier ein Wasserzeichen reinsetzen. Äh, ich mach das mal komplett hier rüber. Ich sage, ich möchte ein Wasserzeichen haben. Und zwar einen Text. Odin. Ne? Ach, falsche Knappe drückt. Ach. Was hab ich denn jetzt hier? Was hab ich denn jetzt hier aktiviert? Moment mal. So. Jetzt hat er nur das hier oben den RAM-Dings drin. Warum auch immer. So. Muss ich nochmal schnell mein Tool starten, weil das... Ich weiß nicht, ob die Lüftung und so dann richtig eingestellt wird, wenn es nicht an ist. So. Jetzt läuft es aber wieder. Dann können wir jetzt hier sagen, einfach mal... Mann. Was wartest du denn jetzt schon wieder? Oh. Scheiße. Ja, jetzt haben wir das halt hier drin. Geh mir denn nicht auf den Puffer, ey. Ich bin heute ein bisschen durch, muss ich sagen. So. Odin. Und da können wir uns dann hier auch noch anpassen. Wir können dann auch die Schriftart ändern. Wir können jetzt hier Gothic zum Beispiel nehmen. Oder... Oder hier. Also hier ist ordentlich Oswald, 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 Oswald. Oswald, da haben wir doch. Semi-Block. Das ist das, warte ich in meinen... Also hier wird euch alles angezeigt, was auf eurem PC installiert ist. Und am besten so über die Größe der Buchstaben machen. Weil wenn ihr groß macht, habt ihr hier sehen, dass es verpixelt ist. Wir machen jetzt mal hier auf 100. So 100. Jetzt ziehen wir uns hier einfach mal mittig rein. Sagen fertig. So, haben wir ein Wasserzeichen drin. Wir können das jetzt auch schneiden. Schneiden heißt... Also hier seht ihr auch wieder vorher, nachher. Schneiden heißt so viel, wie... Ihr könnt das Video... Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein langes Video habt... Das Video geht jetzt hier... Äh... Wie lange geht denn das? PC-Ecke... Einschärften... Sieben Minuten acht... Achso, hier steht es auch. Sieben Minuten fünfundfünfzig. Dann könnt ihr dann halt hier... Seht ihr das? Und ihr habt jetzt sagen... Ihr gehen jetzt davon aus, ihr habt da ein Video drin. Ihr habt drei Stunden irgendein Gameplay aufgenommen. Und dann wollt ihr euch halt... Ähm... Mehrere Videos draus machen. Dann macht ihr hier... Machen wir auf eine Minute. Zack. Dann... Können wir halt sagen... Zack. Und machen auf... Vier Minuten. Also ihr seid hier komplett auf euch gestellt. Ihr könnt da machen... Die Zeit eingeben, wie ihr wollt. Machen wir vier Sekunden. Vier Minuten, eine Sekunde. Zack. Füllen wir den zu. Dann ziehen wir den hier wieder hinterher. Und machen hier nochmal ein bis zum Ende des Videos. Da haben wir hier aus einem Video drei Clips gemacht. Sagen fertig. Dann haben wir halt gesagt, wir möchten ein Wasserzeichen drin haben. Wir möchten es schneiden. So. So. Äh... Was war das? Achso. Ja, mit dem erweiterten Schwarzbalken und so. Da habe ich noch gar nichts dran gemacht. Äh... Drehen können wir das Video auch noch. Ja, dann können wir halt hier sagen, wie weit jetzt hier gedreht werden soll. Und die Lautstärke und alles drüber und dran. Ich zeige euch jetzt mal. Wir machen einfach mal hier komplett den Ton aus. Oder hier auf 25%. So. Nach rechts. Stehe auf dem Kopf. So. Und das Wasserzeichen ist jetzt hier. Lassen wir mal da stehen. So. Und... Was weiß ich. Nach rechts. Wir machen einfach mal, dass es auf dem Kopf steht. Fertig. So. Untertitel. Können wir jetzt noch Untertitel hinzufügen. Wenn wir das wollen würden, wollen wir natürlich nicht. Weil wir können ja mal Untertitel hinzufügen. Wir können jetzt hier eine Datei auswählen. Eine A-S-S oder S-S-A-A-R-T. Habe ich ehrlich gesagt mich noch nie mit beschäftigt. Oder hier... Keine Ahnung. Da kann man dann halt irgendwie was vorgefertigt. Das dann hier irgendwie hinmachen. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. So. Jetzt kommt es langsam eng. Wir müssen jetzt langsam das Video mal bearbeiten. Und zwar ist das in einem... Eigenschaft denn? In einem MP4-Format. Mit 1080p. Hier seht ihr 1920 zu 1080. Sieben Minuten 55. 50 Bilder die Sekunde. Wir möchten... Wollen wir den 4K hochrändern? Ne. Wir wollen was anderes. Wir wollen... Was wollen wir denn? Haben wir auch noch verschiedene Geräte. Da kommen wir nachher noch dazu. Wir wollen, dass... Wir haben wir für YouTube verschiedene, die wir aktivieren können. Facebook, Vimeo. So. Video, TV-Video. Was nehmen wir denn da am besten? Soll sich ja unterscheiden. Ähm... Sagen wir mal AAC, würde ich sagen. Mkv-Datei. So. Hinzufügen. Das ist jetzt natürlich hier hinten. Wir haben schon mal Mkv. Das ist hier vorne irgendwo gewesen. Aber naja. Und dann haben wir jetzt hier hinzugefügt. Und da steht Dateiformat Mkv. Und mit welchem Codec? Mit H264 wird das gemacht. Wir können das jetzt auch nochmal anpassen separat. Dann können wir jetzt hier die Qualität anpassen. Im Video Codec separat nochmal anpassen. Bei manchen hat man ja zwei Möglichkeiten. Hier jetzt nicht. Ähm... Wir können... Original beibehalten. Ja. Die FPS. Da können wir halt auch noch sagen. Wir möchten die FPS runterschrauben oder hochschrauben. Oder alle auf Original lassen. Ton ist AAC. Ähm... Haben wir auch alle drin. Stereo. Hier können wir jetzt hochsetzen. Auf 192 Kb. So. Weil das Original... Wie viel hat das da? Eigenschaften... 189. So. Oder wartet mal. Wir nehmen mal... 256. Dann sieht man den Unterschied ein bisschen mehr. Eigentlich habe ich mit 192 aufhin genommen. Aber es schwankt halt. So. Und dann sagen wir hier fertig. Das ist auch markiert. Also wenn es so blau umrandet ist, ist es dann das Richtige. Hier haben wir eine Datei. Und die wollen wir jetzt das machen, was wir gesagt haben. Wir können jetzt hier stoppen. Ja, wir können jetzt hier stoppen. Also ich habe Run gedrückt. Jetzt können wir stoppen. Oder wir lassen ihn einfach durchrufen. Passt auf, dass er nicht das obere anklickt. Sonst ist nach der Bearbeitung des Videos der PC aus. Das heißt... Ich habe heute das untere angelassen, dass der Ordner geöffnet wird. Wir sind jetzt nur auf Nvidia, nicht auf dem CPU. Wenn ihr jetzt noch bei den Einstellungen mehr auf CPU setzt, dann ist Nvidia und CPU bei euch an. Oder halt AMD und CPU. Es kommt immer darauf an. Müssen wir jetzt kurz warten. Es läuft aber langsam durch. Wir sind schon bei 63%. So. Wir haben auch natürlich denn hier noch die Möglichkeit ganz andere Videos hinzuzufügen. Also praktisch Codecs hinzuzufügen. Das werde ich euch auch gleich mal zeigen. Aber wir müssen erstmal warten, bis der jetzt fertig ist mit Verarbeiten. Ich will das auch nicht schneiden, damit ihr seht wie schnell das wirklich geht. Also es geht wirklich rucki zucki. Wie gesagt, das ist jetzt ein knapp 8 Minuten Video. Ich habe jetzt auch alles auf die Grafikkarte gesetzt. Ich hätte mal ein bisschen mehr auf PC Systeme an sich machen sollen. Aber ich habe halt nicht so die schnelle Grafikkarte. Das ist halt nur eine 1060 halt. In der 2080 oder 2080 Ti wird er da natürlich wesentlich schneller mit bei. Ist klar. So. Und jetzt haben wir das Video. Und das ist halt 1 zu 1 das PC Ecke Video. Eigenschaften. Und wir haben jetzt eine MKV Datei. Und schade wird nichts angezeigt. Vielleicht ist er noch nicht ganz fertig. Dann werden wir mal gucken. Wir starten es einfach mal. Nicht wundern. Wir haben ja gesagt, dass wir das auf dem Kopf stehen lassen wollen. Also ihr könnt mehrere Sachen mit einmal machen und dann ist das so. Eigenschaften. Ne. Sehen wir leider nicht. Leider können wir das jetzt nicht sehen. Mein PC zeigt das nicht an. Aber ihr habt ja gesehen, dass das funktioniert. So. Wir haben auch hier dann direkt nochmal Optionen. Dann können wir hier auch nochmal eines einstellen. Und wir nehmen das jetzt hier einfach mal raus. Machen jetzt mal nochmal das rein. Ich wollte gerade ein anderes nehmen. Aber das geht nicht. Weil da wird das Wort A Punkt öfters wiederholt. Von daher ist das ein bisschen kacke. So. Wir schließen das nochmal nochmal komplett. Der hat gerade im Zwischenspeicher noch was. Zack. Achso. Der hatte noch gespeichert, dass ich es hier auf MKV bin. So. Deswegen hier unten. So. Wie gesagt. Wir haben jetzt hier dieses Video. Und sagen wir mal. Ihr möchtet das auf dem Gerät haben, was nicht alle Codecs unterstützt. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten erstmal die Geräte auszuwählen. Also Video, Geräte, Musik, Toolbox. Wenn wir jetzt sagen. Hier einfach Geräte. Haben wir hier. Also iPad. Android. Huawei. Wenn wir hier auf Huawei klicken. Da sehen wir das. Es wird. in MP4 gemacht. In MP4 gemacht. Und beim iPad. Auch in MP4. Mit 30 Bildern die Sekunde. Hier auch. Wir können aber natürlich auch selber. Hier oben einfach mal Plus drücken. Und dann haben wir hier eine bessere Übersicht. Wir können so ja Sony Mobile. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen PS3, PS Vita, PSP, Xperia. Wir nehmen jetzt mal PS4. Und dann habt ihr jetzt hier wirklich nur die Codecs drin, die die PS4 unterstützt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Festplatte habt, die ihr an der PS4 habt. Und da wollt ihr irgendwelche Heimvideos drauf machen oder so. Dass man sie sich über die Playstation angucken kann. Dann könnt ihr das jetzt machen. So. Dann könnt ihr das jetzt machen. Und dann sagt er einfach, was weiß ich, hier MV. Boom. Hinzufügen. Dann ist das Format hier. MWV 2. Und dann könnt ihr das in MWV umwandeln. Und das würde dann eure Playstation auch erkennen. Wir haben auch Musik. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel. Habe ich hier Musik drauf. Musik. Ach, scheiße. Ich habe doch Amazon hier drauf. Ich müsste doch eine Amazon Musikbibliothek hier haben. Musik. Ne, eigentlich. Also, aber eigentlich ist hier eine Datei. Also, eigentlich müsst ihr hier. Naja, egal. Wir nehmen jetzt einfach mal mega viel von Alexa. Und das wollen wir in. Also, ihr könnt auch ein Video einfach. Ähm. Das hatte ich damals. Mein Programm geht aber nicht mehr. Weil die Firma gibt es nicht mehr. Das war auch so in etwa aufgebaut wie das. Ähm. Da hatte ich damals ab und zu die Probleme, dass Videospur und Tonspur nicht synchron waren. Wo ich noch PS3 aufgenommen habe. Und da habe ich das dann mit dem damals so gemacht, dass ich mir halt hier einfach gesagt habe. MP3. One. So. Und das ist schon fertig übrigens. Ja. Und dann haben wir hier. eine Audio-Datei. Ich werde das mal separat aufmachen, damit ihr das größer seht. Ne. Oder wenn ich jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier auch geht. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn wir jetzt hier einfach. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht versucht. Jetzt kann ich hier irgendwie unten gerade nichts mehr aktivieren. Achso. So. Egal. Ähm. Und dann könnte man. Kann man dann halt Tonspuren so einander voneinander trennen. Oder ihr habt halt ein Video. Wo ihr sagt. Mensch. Das Video ist cool geworden. Äh. Da haben wir gequatscht. Da haben wir einfach. Was weiß ich. Discord angehabt. Oder so. Könnt ihr euch das dann halt hier mit dem Programm schneiden. Und dann aus dem geschnittenen Part. Wo dann halt. Äh. Was weiß ich. Ihr habt da 5 Stunden oder 3 Stunden gequatscht. Mit dem Kollegen. Habt dabei gezockt. Oder habt irgendein Spiel gespielt. Und ihr wollt dann halt. Sagt da. Mensch. Hier haben wir jetzt eine Stunde über Playstation. Und Playstation Plus gequatscht. Das ist vielleicht interessant. Und ihr habt vielleicht was. Wo ihr eure Podcasts macht. Und hochladet. Oder so. Ähm. Ähm. Dann könnt ihr das für. Als Podcast. Für Freunde. Oder was weiß ich. Äh. Äh. Ausschneiden. Dann das als Audio Datei. Äh. Umwandeln. Und ihr habt ja praktisch nur eine MP3 Datei. Und könnt ihr dann halt einen Kumpel geben. Und der kann sich das dann alles anhören. Oder. Äh. Auf eure Podcast Webseite. Oder was weiß ich. Also da ist eigentlich. Für jeden was mit bei. Okay. So. Das soll es jetzt auch. Äh. Soweit dazu gewesen sein. Es ist ein kleines. Sehr schnelles Programm. Muss ich sagen. Da war ich auch sehr überrascht. Wenn wir jetzt. Äh. Habt ihr gerade gesehen. Bei den sieben Minuten noch was Video. Fast acht. Äh. Wie schnell das eigentlich komplett bearbeitet war. Also umdrehen. Wasserzeichen rein. Ein komplett anderer neuer Codec. Und so. Das ging rucki zucki. Wenn ihr natürlich weniger macht. Geht es teilweise auch schneller. Liegt in der Natur der Sache. Und hiermit könnt ihr praktisch. Jedes Format umwandeln. Selbst wenn ihr ein altes Handy Video habt. Im 3GP Format. Könnt ihr das hier reinklatschen. In den P4. Oder im. Was weiß ich. Im KV umwandeln. Und. So einstellen. Dass ihr halt so wenig wie möglich Qualitätsverlust habt. Also damals die alten Videos sahen halt kacke aus. Ähm. Da fällt nicht auf ob Qualitätsverlust ist. Aber ihr könnt es halt nochmal ein bisschen angleichen. nochmal ein bisschen rausholen. Vielleicht ein bisschen verbessern. Und so. Da sind. Da ist der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt. Ihr habt hier Videos. Geräte. Musik. Und Toolbox. Da könnt ihr dann hier zum Beispiel Split. Trimmen. Habt ihr halt hier noch Einstellungen. Achso. Ich hab jetzt kein Video drin. So. Nexer. Nexer. Hoppala. Dann kommt er dann halt hier in die einzelnen Sachen rein. Nexer. Nexer. Wartet mal. Ich muss ein anderes Video nehmen. Weil hier wird ständig A Punkt gesagt. Wir nehmen einfach mal das. Dann kommt ihr wirklich in die Einstellung, die ihr gerade hier unten seht. GIF könnt ihr auch machen. Ja. Dann könnt ihr dann zum Beispiel. So. Wenn wir das jetzt hier nehmen. Das sind 15 Sekunden. Und hier wollen wir dann natürlich. Äh. 1080p haben. 50 Sekunden. Endlos Wiederholung. Zack. One. Dann könnt ihr praktisch aus einem Video euch auch ein Stück rausnehmen. Und ein GIF draus machen. Werdet ihr gleich sehen. Also ein animiertes Bild sozusagen. Wir müssen jetzt kurz warten. Der ist am Arbeiten. Am Rendern. Wie gesagt. Die Grafikkarte von mir ist. Also die geht jetzt hier auf CPU gerade. Sehe ich gerade noch nicht auf Grafikkarte. Und die CPU ist gerade ein bisschen ausgelastet. Dadurch, dass ich ja das Capture Programm anhabe und aufnehme. Beziehungsweise Streamless OBS. Mann. Nein. Camtasia aufhabe. Und mit Camtasia Bildschirmaufnahme ja gerade hier den Bildschirm aufnehme. So. Da ist es. Dadurch ist logischerweise der PC ein bisschen belastet. Wenn wir jetzt hier anklicken. Das ist jetzt kein Video. Das ist ein GIF. Das könnte auch von der Zeit her dann auch hochschrauben. Ihr könnt da so viel machen. Eine Rotation und ein Snapshot. Ach Gott. Ich könnte hier so viel machen. So. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Weil ich bin jetzt hier schon über eine halbe Stunde mit dabei. Also ich habe das Programm jetzt etwa zwei Wochen und habe damit einige gemacht. Ich habe Videos geschnitten. Ich habe so ein bisschen in und er experimentiert mit den Filtern. Videos oder Audios in ein anderes Format umgewandelt. Weil ich hatte damals. Kann ich auch mal kurz erzählen. Warum Audios. Ich hatte damals ein Programm, wo ich mir einige CDs. die jetzt nicht mehr so hundertprozentig funktionieren. Weil die sind über 30 Jahre alt. Die sind aus den 90er Jahre. Die CDs. Und die würde ich ungern nochmal in mein Laufwerk einlegen. Weil ich eigentlich Angst habe, dass die noch mehr kaputtieren. Teilweise löst sich auch schon jetzt Silber so ein bisschen unten ab. Und wird eigentlich nicht mehr anerkannt. Ich habe aber noch eine alte Festplatte, wo diese Dateien drauf waren. Hatte damals aber das Problem oder den Fehler gemacht. Ich habe das in dem... Was hatte ich denn das gemacht? Ich weiß gar nicht. Nero, glaube ich. Hatte es falsch eingestellt und habe da Haufen CDs nicht im MP3-Format. Das gab es damals schon, oder? Ne, das habe ich ja. Ne, die CDs sind aus den 90er Jahre. Ich habe es ja später gemacht. In welchem Format waren die? War das WMA? Ne. Doch. Ein paar hatte ich im WMA-Format und neuere teilweise. Oder was das war. Hatte ich im F... 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 Keine Ahnung. Vier Buchstaben oder fünf. Keine Ahnung. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. In irgendeinem Format. Und ich wollte das alles gerne unbedingt im MP3-Format haben. Und da habe ich mir dann halt hier ein Album reingeklatscht. Bin bei Video rein. Bin bei Musik. So. Und habe dann hier den kompletten Ordner, also die einzelnen Sachen reingeklatscht. Und nachdem das dann fertig war, habe ich dann das alles markiert. Habe das im Original-Ordner den so gelassen. Habe dann ein Original hingeschrieben. Habe dann noch einen Ordner gemacht, der genauso heißt mit Kopie. Und habe das dann, falls was ist, dass das Original immer erhalten ist. Das ist schon seit mehreren Jahren und das funktioniert. Aber auf manchen Geräten halt nicht. Habe mir das dann markiert in den neuen Ordner rein und fertig war. Und das habe ich dann mit allen Alben gemacht. Ja. Also da war ja auch nicht viel. Waren drei, vier, fünf Alben oder so. Die habe ich mir dann halt jetzt nach und nach in das Format gemacht, wo ich es gerne haben wollen würde. Könnt ihr mal gucken. Vielleicht finde ich das Format ja hier noch. Wart F-L-A-C? Könnte möglich sein, dass es F-L-A-C war. Bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. Jedenfalls mehr als drei Buchstaben habt ihr gehabt. Und da habe ich dann damit hier alles zurück umgewandelt. Also ihr seid nicht nur auf Videos beschränkt. Also Audio-Dorteien gehen auch. So. Oh Gott. Jetzt bin ich aber schon 35 Minuten am Quatschen. Dann würde ich jetzt hier auch aufhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären. Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Odin. 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 Odin's Test. Untertitelung des ZDF, 2020